Amanda Seyfried hat kein Problem damit zur Sache zu kommen. Die Schauspielerin plaudert in einem Interview über das Drehen von Sex-Szenen und meint, dass sie toll wären. Einige meiner Co-Stars waren sexy Jungs in meinem Alter, respektvoll und cool. Also warum nicht? Ich werde sicher nicht vorgeben, dass es nicht Spaß macht, erklärt die Schauspielerin. Und Amandas ehrliche Haltung hört nicht bei den Jungs auf. Erinnert ihr euch noch an ihr kleines Stell-Dich-Ein mit Megan Fox? In Jennifers Body hatten sie beide eine heiße Kussszene, an die Amanda immer noch gerne zurückdenkt, wie sie sagt. Sie geht im Moment mit dem Schauspieler Justin Long aus, aber wir können uns vorstellen, dass es einige Schauspieler gibt, die in Zukunft gerne mit ihr zusammen arbeiten würden.